Hallo zusammen und herzlich Willkommen zur 237. Folge von Let's Play on the 2. Anibus Simulator mit mir, Aramilian Rieser. Wir sind zurück von der Themenwoche auf der Karte Bad Karlstein in der Version 2.1. Wir fahren jetzt den Wanderbus. Der führt uns hier von Bad Kindsau Bahnhof nach... hier wieder zurück... ne... ...nach... Bad Kindsau, sondern... nach... äh... Dinkel. Fahrzeit dauert ungefähr zwischen 15 bis 30 Minuten dauert die Fahrt. Unser Fahrzeug ist der MAN NG 272 NG 92 mit der LAWO-Matrix. Wir fahren im Zwift-Bus-Repaint. Und wer ist mit der Stuttgart, wir fahren jetzt auch direkt los. Und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und gute Unterhaltung. пов pane пять. Aber grokene sind hier drin... Da ist ihr gerne pięter Videos. Southwürfenpress von einem STRU airplane und hinten stand etwa einschl дней. Danke an der Fahrgäfte, ich begrüße Sie ganz herzlich auf dem Wanderbus. Er führt uns von Bad Kinslauch und Kaltstein Bahnhof nach Dinkel. Hallo, mein Name ist Jürgen Luisa, ich bin heute ihr geschätzter Ausfahrer und werde Sie sicher vor allem durch das schöne Bad Kinslauch begleiten. Falls Sie welche Fragen oder andere kommen, können Sie gerne in der Zeit wieder vorgekommen. Deswegen ist sicher, dass das Fahrgäfte auch wieder selbst empfügt werden. Aber bitte nerven Sie mich nicht, nicht ohne ganz Fragen. Dankeschön. Wenn diese Füßen sind, dann gerne sage ich leider nicht, dass sie aussteigen möchten. Dankeschön. Oh, man. Oh, man. Oh. Oh, man. guten tag hat er die klimaanlage einmal kurz strecke jetzt muss ich sagen, ich fahre ein pulle und sie Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, ich hoffe, wenn da draußen geht's um Sprecheln gut. Mir geht's auch gut, kann mich nicht beklagen. Sprecheln, Sprecheln. 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 Jetzt bin ich bei euch bald auf eure ganzen kostenlosen Surround in der Rinstufrein beteiligt. Jetzt sind wir schon bei 145 Abonnenten und meine Abonnenten sind für dieses Jahr 200 Abonnenten zu erreichen. 5 Abonnenten fehlen noch bis zu unserem nächsten Meilenstein, die wir erreichen. Mit eurer Hilfe sind dann die 150 Abonnenten. Ich sage gerne und freunden Bescheid, dass Sie gerne hier auf meinem YouTube alle herzlich willkommen sind und auch kostenlos hier abonnieren, liken und folgieren dürfen. Lass mich hier oben wieder beim Schloss. Lass mich hier oben auf. Lass mich hier oben im Der Wanderbust ist so ähnlich wie da, ne? Wie das schon mal muss, dass die Linie, was wir immer so gefahren sind. Und wir fangen dann in den Lichtweg, aber es wird ja jetzt mehr ein bisschen in die Stirn. Es ist nicht so warm. Ja, ob sie auch nachladen können, ne? Wir fahren jetzt Richtung Erkir nach dem Weg der Linie 8522. Oh, thanks. Oh, thanks. Oh, thanks. Oh, thanks. In dieser Linie gibt es leider keinen Fahrplan, aber ich weiß, dass die Fahrt so ungefähr wie in Dupferhundes auf geht. Oh, thanks. Oh, thanks. Oh, thanks. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Leute, was macht da mit Gelenk? Hallo? Hallo. Okay. Das ist der Kierlach, ich glaube ja. Mal gucken, ja, das ist See. Das ist See, da geht es durch den Kierlach. Ich bin hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020